Was kriegt meine Frau vom Christkindl, da fällt mir schon was ein. Vielleicht ein schönes Kaffee, so wie's das könnt, doch schon was sein. Dann gibt's am Sonntag Nachmittag ein Kuchen und Kaffee. Da hätt' ich noch die größte Freude, das wär so richtig schön. Was kriegt meine Frau vom Christkindl, kein Mieder und kein Straps. Das ist doch nix für Weihnachten, drum kriegt's ein Flascherl Schnaps. Ein gutes, feines Zwetschgenwasser, ja, das lässt sich hören. Aufs Essen, auf so ein, zwei Stamperl, das mag ich so gern. Was kriegt meine Frau vom Christkindl, was macht dir denn eine Freude? Vielleicht ein neuer Fernsehsessel, ja, der hat noch gefeuert. Ja, weil, so ein Fernsehsessel kann so gemütlich sein. Und kommt einmal ein Fußballspiel, da leg ich mich gleich rein. Was kriegt meine Frau vom Christkindl, was möcht sie denn gern haben? Fürs Auto schicke ich alle Felgen, ich mein, da wird's mich loben. Da fahr' ich meine Runden, dann rund um das Stadtcafé. Dann werden die jungen Madeln, sagen, ist dem sein Auto schicke. Was kriegt meine Frau vom Christkindl am besten heut was gescheit's? Bloß nicht ein, weil lauter Gruß, der kostet nur Geld mit Reiz. Ein Pinzl und eine weiße Farbe, das ist eine Möglichkeit. Damit sie das heiße Weißeln kann, da wär's ja lang schon Zeit. Was kriegt meine Frau vom Christkindl, was würd sie denn gern haben? Vielleicht einen schönen Weidenkorb, man kann eine Kretzen so. Der alte Kretzen, der hat Lächer und ist ganz verbogen. Dann braucht sie nimmer gar so blogen, beim Brenn holt's auch nicht dran. Was kriegt meine Frau vom Christkindl, ihr seht, sie kriegt schon viel. Ich weiß, was sich eine Frau so wünscht, das hab ich heut im Gefühl. Wenn einer noch kein Geschenk nicht weiß, das haut bestimmt noch hin. Der denkt am besten an das Liedl oder frag gleich mich. Wir haben noch mal geht's und rischicamente gesagt definitiv, das ist eine Frau so Ż thermikärsMorchen. Untertitelung des ZDF, 2020